Nein, nein, Moment, Moment, vorne 10 und hinten sind, das war 20. Das ist aber in der Tat, das ist wirklich so, wie man so einen Schein fahrtet. Einmal fahrt, zweimal fahrt, das Entscheidende ist immer das dritte machen. Weil man ja sonst nicht viermal fahren kann, nach drei gucken, nach vier. Und wenn man dann hinfahrtet, dann wird immer aus dem Zehner 20er, nicht? Aber da darf man sich natürlich nicht verdenken. Ja, man darf, und die Eins gehen. Ja, ja, das kennen wir schon, das geht bei Schluss. Das wusste man schon. Also ich habe bereits jetzt versucht, man gehört, auch ein bisschen an die Seite zu tun, zu verstecken, hat nicht geklappt, immer kleiner, mittlerweile geht es nicht mehr in Österreich, mittlerweile geht es nicht mehr in den Nicht-Standien zu reden, also muss man sich in der Hand verstecken. Aber jetzt ist sie ja die rechte Hand von unserem Wolfgang Schäuble. Und da aber von Schäuble im Parlament etwas auf der rechten Seite sitzt, möchte ich sie wirklich in der rechten Zeit, um das zu stecken. Ja, genau. Ich bin jetzt in meiner rechten Hand. Und rufe dabei bitte dreimal Wolfgang Schäuble. Wolfgang Schäuble, Wolfgang Schäuble, Wolfgang Schäuble. Ja, schon ist er weg, ne? Sie sollen in diesem Unsicht mal an den Stich festhalten. Ich fand das. Warte, bitte öffnen Sie den Stich. Ja, genau. Jetzt machen Sie bitte ein Kreuz, äh Quatsch, ein Kreuz auf Ihre Karte. Ja, mit noch. Haben Sie? Ich schaue auch nicht, wie die Garten ist, die Weltkarte sind markiert. Haben Sie es gerade? Ja, ja, ja. Okay. Schließen Sie den Stich wieder an. Stecken Sie ihn ein, das ist ein Werbegeschenk. Und nun möchte ich Sie bitte, sobald Sie Ihre Spielkarte sehen, sagen Sie bitte einfach Stopp. Ja, nehmen Sie sie bitte heraus, ich weiß nicht, wie das ist. Und schauen Sie mal, dass Sie mit dem Maschinenkarten drauf sind. Ein Kreuz. Sie hätten die nehmen können, die nehmen können, die nehmen können, die nehmen können, die oder die oder die oder die oder die oder die oder die. Das ist eine Karte. Das liegt ein... Das ist eine Karte. Sie sind freundlicherweise eine Karte aus dem Spiel herauszufinden, alle, die Sie gerade möchten. Schauen Sie sich die Karte bitte an. Ja. Ja, und heben Sie sie ins Spiel zurück. Oh ja, also wollen Sie wollen? Ja. Ja. Darf ich schauen? Ja. Okay. Sie können es auch nochmal mischen, wenn Sie möchten. Machen bitte. Machen bitte. Ja, genau. Das heißt, irgendwo hier im Spiel wird Ihre Karte sein. Sagen Sie nicht, wenn Sie die Karte sehen, sondern sagen Sie erst am Ende des Spiels, ob Sie Ihre Karte gesehen haben oder ob Sie es nicht gesehen haben. Wenn Sie alles verstanden haben, dann sagen Sie bitte Jaro. Jaro. Aha, Sie haben auch so die Karte gesehen. Tun Sie mir bitte einen Gefallen, suchen Sie bitte Ihre Spielkarte heraus und holen Sie sie Ihrer Tochter in die Hand. Einfach, ja, ich wollte die machen. Ja, ja. Schon gefunden? Nee, 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 nee. Sie müssen genau hinschauen. Wenn Sie nicht genau hinschauen,isen Sie ja nichtą können die F"- Das ist doch nicht schlimm! Ja, du musst nicht... Also, du musst noch nicht... Da! Vielen Dank!